Hallo miteinander, wer seid denn ihr? Wir sind die Dutzis. Ähm, wer? Wir sind die Sekundarschulegemeinde Niederhasli Niederglatt. Und was macht ihr da? Wir feiern gerade unsere Erfolge. Sehr schön, aber was meint die Schulleitung dazu? Unsere Schule ist unser Lebensraum. Das heisst, man lebt da und leben heisst eben, arbeiten, Sachen erleben, lässig haben miteinander. Ich würde sagen, die Gemeinschaft steht im Zentrum und Respekt. Aber das ist ja ein Recruiting-Film. Und da geht es vielleicht auch ein bisschen darum. Die Lehrpersonen bei uns, sie können die Schule aktiv mitgestalten. Die Partizipation ist uns sehr wichtig als Führung. Ich finde, das sollte man durchaus erwähnen. Sagst du es? Ja, das habe ich jetzt ja gerade gesagt. Am besten wir fragen die Lehrerinnen und Lehrer gerade selber. Wer möchte dabei probieren? Oder essen die lieber Kuchen? Ja, an dieser Schule sollte man arbeiten, wenn wir ... ... nochmal. Wir ... ähm ... Ich muss schnell überlegen, was ich sagen möchte. Der Team-Sammenhalt ist super bei uns. Wir haben schon langjährige Mitarbeitende. Und trotzdem werden neue Mitarbeitende sehr schnell und unkompliziert aufgenommen. Wir unterstützen uns gegenseitig. Und ich finde einfach die Grundstimmung auch zwischen Schüler und Lehrern sehr sehr angenehm. Ja, das sagen da alle. Gibt es denn noch etwas anderes? Das sind ja die zwei Sachen, die einfach top sind. Und ich finde einfach ... Also, darum arbeite ich gerne an dieser Schule. Und wo seht ihr die Stärken eurer Schule? Die Zusammenarbeit, vor allem auch zwischen den Assistentinnen und Assistenten und unseren Lehrpersonen. Das funktioniert sehr gut. Der Austausch ist mega intensiv und auch wohlwollend. Es wird sehr auf einem Rücksicht genommen. Wenn das man arbeiten kann, was für Fächer das man geben möchte. Es wird versucht, auf alle Wünsche einzugehen, in die Teilzeit zu arbeiten. Dass ich eben zu Hause bei den Kindern zwei Tage sein kann. Uns ist sehr wichtig, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Und das spürt man zwischen den Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonen. Aber auch zwischen der Schulleitung und den Lehrpersonen. Wir haben eine Schulleitung, die gut zu einem bewegt. Ihr scheinen ja wirklich ein tolles Team zu sein. Aber wie steht es um das Verhältnis zu den Schülerinnen und Schülern? Ich habe wirklich Zeit, mich auf die einzelnen Schüler einzusetzen. Im Coaching kann ich herausfinden, was sie beschäftigt. Und mit ihnen Ziele abmachen. Und ich bin sehr nah dran. Coaching? Was darf man sich denn darunter vorstellen? Als Klassenlehrperson hat man zwei Wochenlektionen Coachings mit seiner Klasse zur Verfügung. Unsere Schule bietet persönliches Brustfallcoaching an. Und Jobcoaching. Und Unterricht? Besonders am Unterricht ist einfach, dass wir sehr viele Freiheiten haben. Methodenfreiheiten, aber auch Freiheiten, Sachen einzusetzen, Exkursionen zu machen. Wir haben sehr gute Räume, sehr gute Infrastruktur. Was speziell bei uns am Unterricht ist, ist die hohe Grada Digitalisierung, wo die Schüler wirklich auf das moderne Leben draussen vorbereitet. Und was gibt es bei den Eduzis sonst noch so? Wir haben sogar uns eigentlich viele Sorgen. Und übrigens hier geniessen ihr einen Kaffee gratis. Mhhh, fein. Und zum Schluss? Coole Schule. Lässiges Team. Wir werden mit offenen Armen willkommen geheissen. Nein, empfangen. Empfangen. Wir werden mit offenen Armen empfangen. Hey, also wenn ich eine Lehrperson wäre, ich würde sofort zu den Eduzis. Cheers! Nicht zögeren. Jetzt bewerben. Wir werden mit dem Vereinbarke. . zu bewerben. Vielen Dank.